willkommen zurück zu mario tennis open heute gibt es ein finale und zwar bei den stauben der final cup im doppelsteht an und ich sag mal geben wir den kleinen auch doch mal die chance denn dann kommen auch die ganz groß raus im einzel war er nicht so schwierig der final cup ich bin mal gespannt wie es hier werden wird runde 1 gegen das ist ja schon fast die finale partie mario und luigi also dass wir für das finale perfekt geeignet und die jetzt schon mal sehen was wir geliefert bekommen von den beiden zwei perfekte aufschläge gleich hintereinander mit baby mario nein was waren das verdammt gerade noch erhalten zu kurz und die werden doch uns doch nicht wohl gleich niederschmettern baby beach gibt gas ein stopp ball zu zweit black hole auf der anderen seite und punkt für uns und jetzt die chance kein smash ausgeführt alles noch trainern der erste breakball gleich es fängt schon mal spannend an ich werde noch mal durch die mitte servieren das ist vorher gut gegangen nein ja mario weiß genau wohin fliegt jetzt aber ein stand gerade noch da rettet nein keine chance ja genau perfekt getroffen und black hole wieder auf der anderen seite das sind vorteil ich probiert so ein aufschlag da hat sich nicht extrem verhüpft jetzt aber punkt für uns ja super baby peach game number two luigi darf aufschlagen wo ja perfekt gerade noch übers netz gebracht wir haben den ball noch im spiel und ein schwarzes loch auch noch ja genau dann hätte ich schon smashen können ja gott sei dank endlich wieder weg das ding auf unserer seite sehr schön pg nein die haben sich noch mal zurückgekämpft nein zu klein die haben sich noch mal zurückgekämpft nein zu klein ja gott sei dank den einstand neue rettet auch gerade noch schade zu langsam ja geht doch der passt aber fast hätte luigi auch noch gehabt knappe sache so erster satzball für uns ja gerade noch das müsste jetzt was werden der war gut sorry mario der sogar übers netz wieder zurück geflogen mal schauen in der wiederholung mario getroffen die netzkante und dann zurück jetzt aber weg dieser punkt für uns ja hat super funktioniert das schaue ich gut aus und gleich nochmal diesmal mit einem smash und weg mit dir umfassen return hühner nein der war sehr schön zum menschen gegangen nein ich spiel luigi direkt an das war nicht gut baby peaches auf ihrer seite geblieben so wieder aufgeholt angeschlossen 15 beide ja könnte passen ja habe ich im letzten moment noch umentschieden für einen topspin schlag und das schwarze loch hat mir geholfen oh ja ich wollte ihn drüber laufen hat nicht funktioniert ja super ein stand ja ja da war ja wirklich extrem hoch ob ich sich der verhüpft jawohl genommen schwarze loch bleibt auf der seite der brüder und das war der match war rote einzubestanden auch in das ergebnis sehr sehr klar war der einzelnen games sehr knapp gewonnen runde zwei jetzt gegen donkey kong und dd kong das kann ja eigentlich gar nicht mehr so schwer sein vielleicht sogar gleich die favoriten aus dem turnier geschlagen wir werden sehen war den jetzt doch schon nehmen können beach ja genau 50 fast um 90 grad jetzt auch da drüben gut dass ich das bauerfeld gesehen habe wahnsinn wir gehen genau ganz drüben außerhalb des feldes die haben einen breakball habe ich was verpasst war mein smashout oder so oder haben die sowieso so viele punkte auf jeden fall ein stand kam es ein bisschen unklar vor also kurz viel action hier auf einmal jetzt kannte vor aber auch dabei jetzt wieder eine weitere chance ja jetzt war zu lange gelähmt als wieder ein stand der müsste sitzen fast die die konnten fast erwischt man hat der eine reaktion hat sich einmal toll versprungen überhaupt gar keine chance ok ab durch die mitte über donkey kong seite diesmal und dann zwischendurch ich habe schon mit gerechnet dass die den einfach nehmen wird macht sie anscheinend dann doch nicht nein bg du musst schon mitspielen geht zum ball und schlägt nicht na toll gut gleich mal einen satz hin achsatz einen game hinten hinten muss ich das schwarze loch da weg kriegen da ist alles wohl nehmen jetzt ja sehr schön und punkt auch noch besser geht es nicht du darfst nicht ausweichen keine angst so jetzt gehört uns ein gemeinsamer smash aber wirklich zeitgleich sehr schön ich habe ihn noch naja auch nichts geholfen super entprägbar nein nein mit viel glück ja den punkt auch noch gemacht oh ja ja war ein bisschen zu weit ja fliegt genau auf ihn zu aber ich habe ihn wohl erwischt schwarze loch bleibt auf den anderen seiten gleich spiel nochmal jetzt aber diesmal hat die kam mir denn mich auch mal geholt und hier auch punkt für uns jetzt läuft es wieder wie im schnürchen und gleich das game auch bekommen auch jawohl oh ja ja ein ass 233 das macht mir nicht nochmal und wieder nein doch nicht aus hat es ausgesehen oh ja jetzt sind die vorne auch ja jetzt hat er funktioniert 219 alles noch unter kontrolle jetzt vielleicht dann doch nicht mehr oh weh na wo willst du denn hin irgendwie muss ich mich jetzt da nach vorkämpfen ja und da war knapp aber doch out ja muss ja richtig knapp gewesen sein boah die nimmt den einfach nicht war das knapp ja traumhaft viel glück auch dabei viel glück auch dabei ja alles noch okay nein oh man hüpft da zu hoch weg ja ja okay wenigstens ist das schwarze loch mal weg nein und da ist es wieder komm mach nen powershot ja genau da war da war zu weit nach links dann nehme ich ja und da ist er wieder rein stand ja ja toll gemacht da kommt donkey nicht mehr an einsatzball oh ja und schon wieder ein schwarzes loch ja ja ich wollte nehmen ja perfekt lächeln ab out 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 ja super satz eins geht an uns knapp aber doch Hat es auch hier Nein! Er hat sich hier wieder super verhüft Jetzt aber Boah Eine Granate Ja Wieder aufgeholt Das ist auch unser Punkt Den erwischt dich nicht Und der RGB stimmt wirklich nicht Eieiei, zu langsam Boah, Glück gehabt Er wurde Nein! Ich kann es nicht machen Den musst du schon erwischen Ich hätte mich besser stellen müssen Ja, perfekt Oh Mann Ich hätte den anderen nicht mehr erwischt Hm Der passt Traumhaft Oh nein Boah Mehr Glückes Nein! Ich kann nicht alles erwischen Es geht einfach nicht Ja, der hat wieder gefasst So Irgendwann muss es doch mal gut gehen Ja Jetzt aber Ja Ja, jetzt bin ich vorbereitet Jetzt renne ich gleich nach außen Das ist ja nicht mehr passiert Jawoll Super Oh Mann Ich kann nicht alles erinnern Jawoll Haha Hüpf da zu hoch Haha Hüpf da zu hoch Jawoll Der hat gesessen Perfekt Jawoll Ein Matchball Und abgeschossen Und abgeschossen Voll brutal Unsere Baby Peach Ja Aber nur auf die Brust Nicht ins Gesicht Wohlgemerkt Puh So Das war ja doch wesentlich herder als erwartet Eine würdige zweite Runde Und jetzt das Finale gegen Wario und Waluigi Ein Fünf Sets Match Best of Five Mal sehen wie es wird Guter Beginn Gleich mal einen Punkt erlangt Ah, der war out gegangen von Baby Peach Gut, dass er den noch Wäre egal Punkt haben sie so oder so Jawoll Da kommt das schwarze Loch Ja, ein Stoppball Verhüpft sich Schaut euch das an Die Wiederholung Zack Ah, sieht man kaum Perfekt Es geht ja wie am Schnürchen Nein Ja, das war einfach nur blöd Ach, hey So Jetzt aber Perfekt Game Nummer 1 Geh an uns Jawohl Der hat perfekt gepasst Genau durch die Mitte Aha Zu langsam Und der erste Satz Das geht ja wirklich wie am Schnürchen Hier im Finale Ganz fieser Stopp Fall Jawoll Das ist ja wirklich Einfach hier Gegensatz zur zweiten Runde Es geht richtig dahin Obwohl wir ein Black Hole auf unserer Seite haben Kein Problem 204 Ja, wenigstens ist es weg Gerade, dass er noch drüber kommt Ja, super Traumhaft Traumhaft Nein Ah, der wäre vermeidbar gewesen Verdammt Puh, das bringt mir Spannung rein Nein Mit dem Schlager aufgehört Das war nicht so toll Jawohl Gerade noch Out Den nehme ich Oh, ein Top-Netz-Roller Unmöglich Unmöglich Den noch zurück zu bringen Oh Tch Tch Naja Nein, Netz und Out Ach, hey Naja, immer kann man das Glück halt auch nicht haben Das könnte ein Tie-Break werden dann Ah, wir werden sehen Das könnte ein Tie-Break werden dann Und da kommt der Einstand Und da kommt der Einstand Nein Der Stopp war Aber der wirkt Und der wird sich nicht verspringen Okay Oh, weh Ich habe geglaubt, meiner gedauert und dann sowas Okay Ist nochmal gut gegangen 40 15 Aufgeholt Hätte ich mir nicht gedacht Oh, ja Oh, yeah Ah, der wäre Out gegangen Gut, dass du den Wohle genommen hast Jawohl Aber der hat sich eh übel versprungen Schön, dass er den noch gehabt hat Unser Baby Mario Konzentri Nein Ah, der war fies Mit dem habe ich es nicht gerechnet Ja, er ist weg Der weiß ja wohin er sich verspringt Puh Au Ich brauche noch ein Powerfeld Da wäre eins gewesen Unmöglich das zu erreichen So, den nehme ich Okay Top Dann hätte ich ihn eben mehr smashen können An den Ball Ja, sehr schön errettet noch Den muss ich wohl nehmen Denn ich will kein schwarzes Loch haben Haha Ich schiesse den eigenen Mann ab Zack Genau ins Rücken Den Rücken ins Kreuz Das gefällt mir nicht Jetzt wieder mehr Nein Nein Was tust du? Den nehme ich Jawohl Ein Punkt noch Mach den Power-Shot Nein Jetzt aber Noch immer nicht Er macht ihn wieder Ja, klar Den nehme ich Okay Abschießen wollte ich ihn nicht Aber es hat gereicht zum Punktgewinn Zum gewinnen Der erste Open Und wir kriegen jetzt Den Pokal vom Final Cup Jan 5 Subtitel Wir kriegen ein Luigi Kostüm für den Sieg im Final Cup im Doppel. Und wir dürfen nochmal die Credits geniessen. Also wunderbare Party, also das Match gegen Donkey Kong und Diddy Kong war ja wirklich sensationell. Ein Traum Match, einfach spannend, viel Action, alles dabei gewesen. So kann man sich ein Match vorstellen, es ist nur perfekt gelaufen, mehr ist da nicht zu sagen. Ansonsten, was gibt es jetzt noch zu erspielen? Natürlich einige Kostüme, alle Items habe ich mal freigeschaltet, an Ausrüstung, an Kleidung, Schläger und so weiter, Kleidung, Kostüme fehlen halt noch, da muss man halt gewisse Sachen erfüllen. Das nächste, was ich jetzt angehen werde, sind die 50.000 Münzen, die man sammeln muss, um ein weiteres Kostüm freizuschalten. Dann gibt es was mit Street Pass, 20 Siege im Street Pass Match in Folge, so Zeugwerk. Dann, was haben wir noch zum Freischalten? Ich meine, die Yoshi Codes sind noch nicht verfügbar, die QR Codes für Europa, sonst hätte ich mir die anderen Yoshis auch schon geholt. Es gibt hier noch gelben Yoshi, hellblauen Yoshi, einen roten Yoshi, also langweilig wird einem nicht. Credits gehen zu Ende. Und damit verabschiede ich mich von einem wunderbaren Part, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder zu Mario Tennis Open. Da wird es dann ein Match geben gegen Profi Computer oder Champion Computer, weiß ich noch nicht. Ich glaube ja Champion, das wird interessant werden. Zuerst mal im Einzel, denn da bekommt man dann auch ein Kostüm freigeschaltet und dann im Doppel. Also dann, seid auch wieder beim nächsten Mal mit dabei, verpasst keine Folge. Es geht mit Action weiter, mit Spannung weiter bei Mario Tennis Open. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.